Yo, wie oft bist du so in der Wüste unterwegs? Niemals. Wie oft bist du so auf Minenfeldern unterwegs? Immer. Immer? Siehst du, das ist dann eine sehr gute News für dich gerade. Es gibt eine sehr geile Erfindung, die heißt Mein Käffern. Das sieht wie so ein Heuballen aus. Ich weiß nicht, ob du es aus Westernfilmen kennst, weil einfach irgendwie so eine Szene ist. Einfach ganz, ganz viel gar nichts. Und dann kommt so ein Heuballen durchs Bild gerollt. Also stell dir das so vor, das ist eine Erfindung, die besteht aus biologisch abbaubarem Plastik und Bambus. Wie eine Kugel aufgebaut. Wir bilden hier gleich mal ein Bild ein. Da. Und es sind verschiedene Beine, die so zusammengeführt sind in die Mitte, dass es beil ist. Die Bisse Beine aus biologisch abbaubarem Plastik und Bambus rollen dann alleine durch die Kraft des Windes, die eben auf Minenfeldern und in den Wüsten mal ab und zu herrscht, rollt er durch die Gegend, dieser Ball. So, warum macht er das? Um eben versteckte Minen zu finden. Der Ball ist zwar so leicht, dass er durch Wind zum Rollen animiert wird, aber er ist so schwer, dass er Minen auslösen kann. Was ziemlich geil ist, dieser Ball ist nicht bei der ersten Mine direkt kaputt, sondern ungefähr nach drei, vier Minen erst. Bei jeder Mine werden nur so viele Füße zerstört, dass er weiter rollen kann. Was ziemlich geil gemacht ist, vom Erfinder Masoud Hassani, finde ich das mal sehr, sehr geil, weil es einfach sehr, sehr hilft. Ich habe mal eine Doku gesehen, wo viele Menschen gestorben sind bei einem Aufspüren solcher Minen. Immer noch, denke ich, in Afrika und Co. Da gibt kein Leben, zu schade. Ich finde, es gibt auch diese Ratten oder, wie heißt das, diese Minen, die dafür... Rattenminen, ja, so, ich weiß, was du meinst, die spinnen es auf, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob es Ratten waren. Das waren so riesige Ratten, ja, stimmt. Das sind in Afrika, diese riesigen Ratten. Ne, ich glaube, die sind so an der Leine und die gehen halt durch. Ja, das sind aber richtig große Ratten. Ja, genau. Aber die sind so leicht, dass diese Mine nicht kaputt geht oder so. Und die tun das irgendwie... Ja, das ist auch... Also nicht explodieren. Und ich habe eine Frage, es funktioniert jetzt nur mit Wind, also... Ja, es muss Wind da sein, ja. Kann man es nicht rollen? Kann man natürlich auch. Also, man kann es ja anrollen, aber es muss ja trotzdem nochmal Wind kommen, damit es weiterrollt. Ja, aber es muss halt irgendwie kontrollierbar sein, oder? Ne, es rollt einfach durch die Gegend. Das ist keine feste Route, glaube ich. Also, es rollt einfach durch die Gegend. Ah, krass. Sonst wäre es teuer, weil du jetzt irgendwelche Technik verbauen müsstest, dann wäre es teuer. Ja, stimmt. Aber es ist ziemlich nice von den Kosten her. Es ist halt einfach Plastik und Bambus. Aber man kann auch immer noch weiter entwickeln, damit es irgendwann vielleicht steuerbar ist. Ja, aber es kostet ja wieder viel mehr. Kann man machen, denke ich schon, aber so ist es halt. Du lässt es rollen und... Ja, aber wenn du willst, dass diese Strecke... Ja, klar. Das wäre vielleicht besser, ja. Aber da müssen wir auf jeden Fall viel mehr Geld investieren, glaube ich. Hey, Kevin, ich habe eine Frage. Ja? Wie fährst du zur Arbeit? Mit dem Chauffeur. Hast du einen? Ich bin mein eigener Chauffeur. Nee, ich habe wirklich einen. Manni. Manni von der KVB. Vom Kölner Verkehrsverband. Nee, Verkehrsbund. Ach so. Der Bahnfahrer. Ich fahre mit der Bahn zur Arbeit. Ist das ein Jodel-Witz? Ja. Okay, gut. Das versteht jetzt auch keiner. Okay. Und zwar gibt es jetzt, also in den nächsten zehn Jahren sollen fliegende Autos gemacht werden. Ja. Damn. Das ist aber, ich denke mal ernsthaft, das gibt es auch schon seit Ewigkeiten, diese Aussage. Nein, aber jetzt ist es fucking ernst. Von wem denn? Von der US-Firma, das heißt Terrafugia. Noch nie gehört. Und die haben, die forschen seit zehn Jahren, wie man ein Auto machen kann, wo durch die Gegend fliegt, wie bei San Andreas, wenn man den Cheat eingibt. Kennst du denn? Nee. Kennst du es nicht? Ich habe San Andreas nie gespielt. Echt? Ja. Krass. Egal. Also, verpasst. Und genau, also die forschen schon zehn Jahre, wie man ein Auto macht, also wie man ein fliegendes Auto baut und in den nächsten zehn Jahren sollte es schon ein Auto geben, ein bestimmtes Modell, was man jetzt schon auch vorbestellen kann und mithelfen kann. Du zahlst sozusagen für etwas, was du nicht weißt, dass es geben wird oder nicht. Ach so, ja. Aber sie sind fest davon überzeugt, dass es abgeht. Sie sind fest davon überzeugt. Und es gibt eine Webseite, man kann diese Webseite auch anbauen. Die haben eine Webseite, okay, dann ist es echt serious, man. Ja. Wenn die eine Webseite haben, im Jahr 2017. Und zwar ist es, also ich kann das Bild einblenden und es, also das Auto startet nicht wie bei San Andreas, wenn du fährst und dann geht es so wie im Flugzeug hoch, sondern es steigt wertiger wie im Helikopter hoch. Ja, aber wie hoch überhaupt? Also jetzt ein bisschen. Also die haben jetzt nicht gesagt genau, wie hoch. Ja, aber es ist schon ein wichtiger Bestandteil der Aussage. Ja, es fliegt halt durch die Gegend. Ja, aber wie hoch denn? Auf der Straße? Über der Straße so ein bisschen? Nein, bestimmt höher, der fliegt über Häuser, der nimmt direkt ein Luftgewehr. Aber das ist doch voll gefährlich so. Ja, irgendwann schon, wenn es alle das haben. Ja, aber liegt das doch voll verrückt, oder? Ja, egal. Die arbeiten halt dran und Airbus arbeitet auch an solchen Projekten. Also demnächst sollte mein Wunsch schon in Erfüllung gehen. Ich wollte schon immer ein fliegendes Auto. Ja, aber das ist pures Chaos, glaube ich. Ich habe jetzt gedacht, die hovern so über den Boden ein bisschen. Die hovern. Nein! Gibt es das Hoverboard von Zurück in die Zukunft? Ja. Das ist so ganz wenig unter dem Boden. Nein, was bringt es? Ja, aber das ist pure Chaos, wenn alles rumfliegt. Da gibt es keine Straßen, es gibt keine Schilder, es gibt nichts in der Luft. Das ist pures Anarchie, Alter. Ich glaube, es fährt und du kannst auch fliegen damit. Ja, aber trotzdem fliegen... Ich sage, da müssen dann Regeln gemacht werden. Ja, welche Regeln willst du da machen? Du hast keine Straßen, du hast nichts. Du sagst, hey, wir bauen keine Brücken, wir benutzen fliegende Autos nur dort. Verstehst du? Da hältst du doch keine Sau dran. Also, wir arbeiten dran in den nächsten zehn Jahren und wir sind halt dabei. Wir sind dabei, hoffentlich. Und dann gibt es fliegen. Das ist wie Jetpacks. Jetpacks haben sie auch gesagt, es geben wir. Ja, aber Jetpacks ist ja schon... Es wird aber auf jeden Fall sauteuer am Anfang. Also, ich denke, für uns wird es eh kein... Also, wenn unser Podcast mega reich und berühmt ist in zehn Jahren, ja, vielleicht. Wir machen es zehn Jahre durch. Wir ziehen jetzt zehn Jahre, den ist durch. So viele Nachrichten gibt es, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber das wird unfassbar teuer sein, wenn es... Ja, aber die arbeiten, wenn es nicht... Die arbeiten dann viele... Ich finde es geil, ne? Ich finde es auch geil, wenn man sowas arbeitet. Aber du findest Chaos, dass Chaos entstehen wird. Ich glaube, wenn jeder das hat. Wenn es ein paar haben und so. Jetpacks hat ja auch keine Nachricht. Zum Beispiel, bevor es Straßen gab und einer hat ein Auto gebaut und hat gesagt, hey, damit fahren wir rum. Oder Flugzeuge. Ja, aber was gab es davor? Vor Autos gab es Pferdekutschen. Da gab es ja auch schon Wege. Auf dem Boden. Und Flugzeuge war immer was anderes. Es gab ja nie... Es gibt ja nicht so viele Flugzeuge. Einer hat gesagt, wir fliegen. Und die haben gesagt, ja, ja, ich bin so... Ja, aber... Wir haben jetzt Flugzeuge. Aber das... Wenn jetzt doch mal... Guck mal, wir haben jetzt schon so... Du musst schon voll viel Regeln im Luftverkehr. Und wenn jetzt irgendwie jedes Haushalt in 50 Jahren, sagen wir mal, ein fliegendes Auto hat, das ist einfach... Das ist... Du siehst, ist also skeptisch. Ja, schon ein bisschen. So, über den Boden ein bisschen schweben. Ist halt cool. Kann man machen. Damit... Warum? Weniger Reibung. Und du bist schneller unterwegs. Nur, weil es cooler aussieht. Okay. Damit du keine Katzen überfährst. Ja. Siehst du, Mann? Siehst du, du kannst einfach gar nicht überfahren, richtig? Du redest schon. Aber kleinere Tiere nicht. Kleinere, süßere Tiere nicht. Das ist das Wichtige. Die süßen Tiere überleben. Das ist Davins Selektion, Alter. Die süßen Tiere überleben. Hat Davin auch schon gesagt früher. Die süßen Tiere überleben. Okay. Okay, nice. Gute Nachricht, Mann. Das ist ein Stad von Jürgen. Ja, das ist das, was es. Das ist ein Stad von Jürgen. Das ist dein Stad von Jürgen. Das ist ein VERY unkar烈es, das ist ein Stad von Jürgen. Man t sizin jacket habt. Kein Isso.